So, vorneweg mal ein paar Details. Das Objekt debiere ist ein quadratisches Ding mit einer Kantenlänge von 12 Zentimetern und im Gewicht von ca. 30 Gramm. Können auch 5C sein, wir sehen es nicht so genau. Und hat aber auf jeden Fall vier extrem spitze Ecken. Und da muss man echt aufpassen, das Herrn zu bösen Verletzungen führen. Also, Freunde. Warm-up. Um Sie in eine optimale Ausgangsposition zur erfolgreichen CD-Jagd zu versetzen, empfiehlt es sich, dass Sie sich direkt vor Konzertbehen mit Ihnen Ihr Leibesübungen auseinandersetzen. Insbesondere Augenmerk sollten Sie dabei auf Arme und Bäder Hände legen. Wenn warm ja noch geworden ist, geht es weiter. Hier sehen Sie einige typische Körperhaltungen, bei denen es zum vermehrten CD-Ausstoß von der Bühne kommen kann. Achten Sie darauf, um Ihren Vorteil gegenüber Ihren Konkurrenten zu erlangen. Die richtige Körperhaltung. Drehen Sie erst mal Ihren Traumkörper Richtung Bühne. Richtung Bühne. Hallo. Hier. Gut. Super. Richtung Bühne. Das ist gut. Gut. So, wenn Sie die Bühne gefunden haben, nehmen Sie die Achtungsstellung ein. Wozu das? War noch nicht klar. Na, könnte eine CD im Flur umkommen. Und das wollen Sie doch nicht verpassen, oder? Gut. Gut. Also erst mal auf sich aufmerksam machen. Gut. Sicherheit geht aber vor. Deswegen erst mal schützen Sie die Augen. Aber nicht vergessen, dass Sie ja eine CD fangen wollen. Also Körperhaltung. Genau. Spannung. Körperspannung. Und was sehen wollen Sie. Und auch super. Das sieht schon mal richtig gut aus. Jetzt kommt gleich die CD. Achtung. Sind Sie so jetzt? Jetzt kommt es. Und auf jeder der Peter. Fangtechnik. Als erstes demonstrieren wir das Einhändige Fang mit der sogenannten Schnapptechnik. Dabei werden die Finger Richtung Daumen geführt und in einer Schnappbewegung zugeschlagen. Wir zeigen nicht mal, dass ich gerade die Drehen und Schnapp sowohl für Links- als auch für Rechtshänder eindeutig durchzuführen. Die zweite relevante Fangmethode, die wir Ihnen ja vorstellen wollen würden, ist die sogenannte Klatschtechnik. Eine zweihändige Fangmethode, bei der beide Hände in einer gleichmäßigen Bewegung zueinander ein entsprechendes Fangergebnis erzeugen sollte. Wunderbar. Wie hier jetzt live zu sehen ist, eignet sich diese Fangmethode ganz wunderbar für Anfänger. Nach wenigen Versuchen haben Sie das entsprechende Ergebnis. Und es kann sich gefreut werden. Für Fortgeschrittene, die einfach mal auch gut aussehen wollen beim CD-Fang, gilt nach wie vor die Einhändige Schnapptechnik. Gehen Sie dazu und ihr habt acht Stellungen, schützen Sie Ihr Ohren und lassen Sie sich durch eventuelle Fehlversuche nicht davon abbringen, weiter Ihr Glück zu versuchen. Haben Sie die CE ergattert? Sollte das mal passieren? Es ist passiert, ich glaub's ja nicht. Dann sollten Sie auf jeden Fall ganz laut jubeln. So, ich hoffe, die Fangtechniken waren soweit klar. Und Ihnen geht's noch gut? Super, dann geht's jetzt weiter. Gut, kommen wir dazu, dass die Reaktionszeit beim Fang natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Das geht darum, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät zu reagieren, ne? Das ist schon mal klar. Super. Dann zeigen wir mal, wie das aussieht, wenn Sie eindeutig zu früh reagieren. So. Ja, was ist das denn? Und wenn Sie zu spät reagieren, dann kann das Jan schön in die Fresse gehen. Ich sag's dir. Mann, 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 Mann. Für die Fanglegastheniker unter uns sei gesagt, dass Sie zu ernsthaften Verletzungen führen können, sollte das Fangobjekt nicht erfolgreiche Fang im Wort sein. Sollten Sie nicht ganz unfähig sein, dann schaffen Sie das schon, so ein Ding zu erjattern. Und anschließend wird sich Ex-Orbitant gefreut, mein Freund. Und danach heißt es sichern des Objektes, und zwar einem extrem sicheren Ort. Das sieht gut aus. So, anschließend heißt es aber nicht zurück zu Mutti an der Bar, sondern weiter rocken. So ist gut. Bei Panikattacken wegen fliegenden CDs, irgendwelchen Enten oder Rockmusik sollten Sie sich in eine dauerhafte Duck-and-Cover-Stellung begeben. Ja, das sieht gut aus, mein Freund. So, ich hoffe, euer Aufmerksamkeitsdefizit hat sich in Grenzen gehalten und ihr konntet dem Jensen folgen. Sehr gut. Dann heißt es nämlich beim nächsten Shira-Konzert Duck-and-Cover. Wenn du mal ihn erfängst, du, Heinz. Na, also. Ja, so sieht's aus. So, dann sag mal schön Tschüss. Und dann verfasst sie, du Vogel. Musik 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 Musik